Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator. Morgen, guten Tag. Ja, wir befinden uns immer noch in, ja, auf der, ja, auf dem Adon von Rheinhausen und fahren jetzt in die Linie 41 weiter zum Jürgensberg. Und zwar, ähm, ja, jetzt bin ich wieder zum Jürgensberg-Waldhof und fahren nun jetzt die Linie weiter. Nächste Haltestelle, Kahnhof. So. Ich habe mal kurz die Kollegen überholen müssen, denn, äh, ja, das war dann wieder vor mir rumgefahren. Ne, ne, das habe ich darauf wirklich keinen Bock. So, dann lassen wir doch mal die Leute einsteigen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Und weiter geht es. Ja, meine Freunde, ähm, ja, wie schon gesagt im ersten Teil, wir haben die, ja, 922 Aufrufe. Das heißt, bei 1000 Aufrufen gibt es wieder ein, ja, eine Spezialfolge auf dem See. Nächste Haltestelle. Natürlich wieder auf Gladbeck. Und klar. Denn, ja, das muss auf jeden Fall sein. Das könnt ihr euch ja vorstellen, denn, ja, ich mache auf jeden Fall wieder Gladbeck. Und muss ja sein, ne. Ja, des Weiteren, meine Damen und Herren, gibt es auf jeden Fall wieder, ähm, und zwar, und zwar, um sie zwei Players veranstaltet am 12.08. eine 10-stündige Leitstellenfahrt. Ja, sie beginnt um 10 Uhr morgens und endet 20 Uhr abends. Ja, ihr seid gerne eingeladen. Ich werde euch auf jeden Fall mal den Leitstellenplan, ähm, mit reinpacken, denn, ja. Oder da wird es auf jeden Fall noch die Info geben, denn ich werde auf jeden Fall noch einen Infoflog raushauen. Denn da werde ich dann ab dem 12.08. Meinen neuen Kanal mit einbauen. Das bedeutet, ab dem 12.08. gibt es den neuen Kanal. Und ja, ihr könnt darauf gespannt sein, denn es wird sicherlich lustig werden. Denn da stand dann die Release von meinem neuen Kanal. Seid darauf gespannt auf jeden Fall, ne. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein? Ja, natürlich, junge Mann. Eine junge Frau. Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Ich bin nicht neuschelt auf. Dankeschön. War noch nicht so nervig. Eieiei. So, nun geht es auch schon weiter. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse euch mal mit den Bildern eine Weile alleine und wir hören uns dann wieder. Nächste Haltestelle, Bettelmarkt. Morgen. Einmal bitte Kurzstrecke. Hallo. Schön. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Danke. Ich hätte gerne einmal Schüler. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Haltestelle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Haltestelle, Preußenstraße. Guten Morgen. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Ja, meine Freunde. Und zwar folgendes. Wie wir, äh, wie wir, äh, wie wir, äh, ja, veranschalten wir am Zwiftnachten, die zehnstündige Landstelle im Fahrt von uns und zwei Players. Ja, dazu wird es dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch ein paar Infos kommen. Denn ja, wir haben auf jeden Fall viel vor in dem Tag und ja, es wäre super cool, wenn da viele Leute mitfahren würden. Auch die YouTuber sind herzlich eingeladen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, der heutige Plan wird bei mir noch sein. Und ich werde, äh, ich werde im Laufe des Vormittags die nächsten, ähm, ja, die nächsten paar Stunden auf jeden Fall ein neues Let's Play hochladen. Und zwar wird es dem Multiplayer ergeben und zwar ein ETS, das bedeutet, ja, wir fahren heute ETS auch noch. Und ja, da ist er auf jeden Fall herzlich eingeladen. Ja, des Weiteren wird es dann noch, äh, eine Folge auf der TSM oder auf der ProMods geben. Ja, da ist er in der TSM oder nicht so, äh, ich werde es dann noch weiter machen. Ja, da ist dann noch ein Ding. Ja, ich werde es dann noch mal gucken. Ja, ich werde es dann noch weinig sein. Nächste Haltestelle, Arminstraße. Guten Tag, einmal normal bitte. Nächste Haltestelle, Dänische Straße. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Dänische Straße. Wir fahren gerade aus. Tatsache. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Dänische Straße. Nächste Haltestelle, Dänische Straße. Ja, nichtsdestotrotz werden wir auf jeden Fall noch ein paar andere Linien heute noch kommen, auf Rheinhausen. Nächste Haltestelle, Dänische Haltestelle. Nächste Haltestelle, Dänische Straße. Nächste Haltestelle. Juliansberg, Waldruhe. Diese Fahrt endet dort. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal, Ihre RVB. Dänische Lauf Testament. Genau, ja. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bei dem auch immer was ihr auch tut. Und ja, stay positive, positiv denken und bis zum nächsten Mal. Euer Peter. Ciao, ciao.